Wer bist du? Ich heiße Pepper. Ich bin ein humanoider Roboter und bin darauf programmiert, mit Menschen zu kommunizieren. Meine Freunde von Entrance aus Wuppertal bringen mir täglich neue Dinge bei, damit ich euch Menschen besser helfen kann. Wenn du wissen möchtest, was ich kann, frag mich einfach. Sag, was du machst. Was kannst du? Ich bin aktuell darauf programmiert, dich durch unser virtuelles Büro zu führen oder ich kann demonstrieren, wie ich mit vernetzten Geräten kommuniziere. Außerdem kann ich auch ein Foto von dir machen oder dein Alter schätzen. Was kann ich dir zeigen? Mach ein Foto von mir. Na sicher. Bitte nicht bewegen. Es geht in drei Sekunden los. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ja.